Es ist jetzt kurz vor zwölf und wir haben total verschissen, weil wir auf die Schurenbachhalde wollten, das aber irgendwie absolut nicht hingekriegt haben. Und jetzt laufen wir hier zu unserer Privatsübester-Party. Und jetzt laufen wir hier auf die Schurenbach. Und jetzt laufen wir hier auf die Schurenbach. Ja, auf die Buche, ne? Ja, auf die Buche, ne? Jetzt mal so ein Video für die Polizei. Happy, Happy, Happy New Year.